Aus der Sandsteintreppe hier ist ein großes Stück herausgebrochen und die Treppe ist an der Stelle jetzt natürlich nicht mehr eben. Der Plan ist, das fehlende Stück durch Blei zu ersetzen, weil man Blei eingießen kann und das dann erstarrt. Hier ist der Schmelzofen, da ist etwas Blei und das soll jetzt hier in dem Edelstahlgefäß geschmolzen werden und dann in die ausgebrochene Sandsteinstufe eingegossen werden. Sollte 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020